Jesaja 58, 5-7, wie haben wir diesen Text heute zu verstehen? Wie passt der in die gesamte Fastenthematik rein? Okay, ich lese ihn erst einmal vor und will gleich sagen, dass ich bei Jesaja noch nicht der Spezi bin. Jesaja 58 ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies. Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Antwort, die, die angesprochen werden, würden jetzt sagen Ja. Okay, das muss uns klar sein. Also hier werden Leute angesprochen, ihr habt da Liturgien, die macht ihr, das nennt ihr Fasten. Frage, seid ihr damit zufrieden? Ja. Das ist das Thema, worüber wir reden. Wir reden über Leute, die, weil sie Dinge tun, die richtig sind, Fasten, sich demütigen vor Gott, die dadurch denken, mit Gott im Reinen zu sein. Gott etwas zu geben, was Gott will. Und jetzt wird Gott etwas Pixi. Vers 5 ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie, nee Quatsch, Vers 6, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätige Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Und an der Stelle wird eines deutlich. Religiöse Übungen, die ich tue, sind so lange vor Gott nichts wert. Solange mein anderes Leben nicht unterstreicht, dass ich gläubig bin. Und jetzt wird es ganz spannend. Wodurch weiß ich, dass ein Mensch gläubig ist? Und das hören wir als Evangelikale, glaube ich, nicht so gerne. Aber gläubige Menschen sind gerechte Menschen. Die Bibel trennt nicht zwischen einem gerechten Lebensstil und einem gläubigen Lebensstil. Oder anders ausgedrückt, Habakkuk 2, Vers 4 sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Sprich, der Ungerechte kann überhaupt nicht aus Glauben leben. Ich muss erst eine Entscheidung treffen. In Markus 1, Vers 15 sagt der Herr Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Merkt ihr? Das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Ich muss grundsätzlich mich zu Gott umkehren und dann kann der Glaube, dann kann mein Vertrauen, weil ich auf Gott ausgerichtet bin, mich retten. Wir trennen das gerne, weil wir sehr stark so diese, ich sag es mal, postprotestantische Gnadenüberzogenlehre haben. Uns geht es immer nur um Gnade und da rettet werden. Aber die Bibel ist an der Stelle, und da müsst ihr euch O-Ton Jesus geben. Jesus spricht manchmal einfach davon, dass Leute gerecht leben sollen. Und das ist für ihn fast synonym mit Glauben. Und hier hast du die Trennung. Hier hast du Leute, die in ihrem persönlichen Leben, was tun die? Sie unterdrücken Menschen, das heißt, sie beuten andere Menschen aus. Sie helfen nicht, wo Menschen in Not sind. Sie haben kein Mitleid mit Menschen, die versklavt wurden, obwohl sie die befreien können. Und das sind Leute, die, wenn sie jemanden sehen, der nichts anzuziehen hat, einfach weitergehen. Das heißt, hier sind Menschen, die durch ihr praktisches Leben, durch ihren Mangel an Barmherzigkeit zeigen, dass sie nicht gläubig sind. Und du kannst einen Mangel an Barmherzigkeit nicht durch ein Mehr an Ritual wiedergutmachen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil in der Kirchengeschichte ist das immer wieder passiert, dass Menschen Rituale eingeführt haben, sprich sogenannte Sakramente, die aus sich heraus Glauben darstellen, Glauben produzieren sollen, Gerechtigkeit machen sollen. Genau das funktioniert mir nicht. Das ist die Stelle hier. Du kannst auf einer ritualisierten Ebene, auf einer liturgischen Ebene, nach außen hin, alles richtig machen. Aber wenn in deinem Herzen keine Barmherzigkeit ist, überleg dir, da sind wir wieder, das hatten wir schon, dann bringst du durch deine Rituale zum Ausdruck, dass du einen Gott der Liebe anbetest, einen Gott, der für die Weisen und die Witwen und Unterdrückten ist und du selber streichst diesen Gedanken, ich bin für diesen Gott, ich stehe für diesen Gott mit deinem eigenen Leben durch. Und das haben wir oft im Alten Testament, diese Trennung zwischen den richtigen Ritualen und der falschen Herzenshaltung. Vielleicht noch stärker, wenn du das nochmal nachstudieren willst, Malachi 1, da ist das ganz extrem. Und das geht einfach nicht. Also wenn ich faste, was ich tun soll, und wenn ich mich vor Gott demütige, was Gott sich wünscht, aber dann mit meinem Leben durchstreiche, weil ich einfach unbarmherzig mit Menschen umgehe, was ich gerade durch mein Ritual zum Ausdruck gebracht habe, dann werde ich tatsächlich zu jemandem, der eigentlich nicht gefastet hat, der hat dann nur die äußere Show gemacht. Und sobald ihr denkt, das ist zum Glück alles Altes Testament, wir haben das gleiche Problem im Neuen Testament. Woran denke ich? An welches Kapitel? Wo taucht dieses Problem? Genau so mitten in der Gemeinde auf. Nein, nicht Laodicea. Ja, komm. Elf. Erster Korinther 11. Da ist genau das gleiche Problem. Leute feiern gemeinsam Abendmahl. Ich werde es euch einfach nur kurz erklären. Und Abendmahl war damals Abendmahl. Sprich Abend und Mahl. Man kam abends zusammen und hat vorher noch miteinander gegessen und im Anschluss an ein Abendessen dann Abendmahl gefeiert. Und jetzt gab es in der Gemeinde einfach zwei Arten von Leuten. Es gab die Häuslebesitzer, sprich die so ein bisschen mehr haben. Die konnten sich erlauben, weil sie sowieso genügend Angestellte haben, rechtzeitig zu kommen. Die kamen auch rechtzeitig und brachten ihren Picknickkorb mit und haben schon mal fröhlich drauf losgegessen. Und wenn dann so die Letzten, das sind die Habenichtse, die Sklaven, wenn die dann eintrudelten in der Gemeinde, kurz vorm Abendmahl, weil die halt auch nicht früher frei bekommen haben, dann waren die einen schon besoffen, also hatten schon genug, deutlich genug und den anderen nichts übrig gelassen. Das ist die Situation. Und du denkst dir, das kann nicht so schlimm sein. Vorsicht, Vorsicht. Denn jetzt feiern wir Abendmahl. Und was bringen wir durchs Abendmahl zum Ausdruck? Wenn der Kelch durch die Reihen geht, was symbolisieren wir damit? Ganz einfach. Wir symbolisieren nach 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 17, wir sind ein Leib. Wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Ich stehe für dich und du stehst für mich ein. Dein Leben ist mir wichtig und mein Leben dir. Korrekt? Das ist das, was Abendmahl macht. Wenn ich mit jemandem Abendmahl feiere, so blöd das klingt, habe ich eine Verantwortung für die Person. Und zwar eine Verantwortung, dass es der Person gut geht. Wenn ihr jemanden tauft, dann ist da jemand jetzt in die Gemeinschaft hineingetreten und er hat das Recht auf euren Schutz, auf eure Versorgung, auf eure Gebete, auf euer Mitdenken, auf euer Für-Ihn-Sein. So, und wenn ich jetzt aber Abendmahl feiere und das zum Ausdruck bringe, wir sind ein Team, ja, wir gehören zusammen, wir bauen hier Reich Gottes, du und ich, haha. Ich erschaffe es aber nicht einmal, eine halbe Stunde zu warten oder dir irgendwas zum Essen aufzuheben, damit du auch noch was kriegst, weil ich einfach so viel Spaß dran habe, mit meinen anderen reichen Kumpels, da einfach fröhlich einen drauf zu machen. Dann streiche ich mit meinem Leben durch, was ich durch das Ritual des Abendmahls zum Ausdruck bringe. Und jetzt schlagen wir kurz mal 1. Korinther 11 auf, weil das ein so herrlich erschreckender Text ist. 1. Korinther Kapitel 11. Und erst einmal, dass ihr seht, dass es wirklich um das Warten geht. Wir haben das hier unten in Vers 33. 1. Korinther 11, 33. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Sie haben nicht gewartet. Herrlich, oder? Sie warten nicht. Und Gott greift ein, und er greift auf eine Weise ein, Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Guteil sind entschlafen. Und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass Gott eine Gemeinde schwächt. Also du hast plötzlich Leute, denen geht es schlecht. Die sind krank. Und du hast mehr Todesfälle, als du erwarten würdest. Eine sogenannte Übersterblichkeit. Versteht ihr? Und du fragst dich, was ist denn los? Und Gott sagt, ihr wartet beim Abendmahl nicht aufeinander. Also ich greife mich da so ein bisschen an den Kopf und denke, heu, ja, 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 ja. Habe ich wirklich ein rechtes Verständnis davon, was ich beim Abendmahl tue? Wenn du beim Abendmahl teilnimmst, dann bringst du damit zum Ausdruck, jeder in der Gemeinde ist in meinem Team. Mein Geldbeutel ist sein Geldbeutel. Wenn er Not hat, stehe ich an seiner Seite. Wenn er mich braucht, bin ich da. Und wenn du das nicht denkst, dann isst und trinkst du dich selbst zum Gericht. Und da sind wir bei dem gleichen Thema, was wir aus Jesaja 58 hatten. Ich mache ein Ritual, streiche mit meinem Leben, aber durch, was das Ritual eigentlich zum Ausdruck bringt. Also sprich, ich faste und demütige mich und bringe zum Ausdruck, ich möchte für Gott leben. Aber alles, was Gott wirklich wichtig ist, nämlich der barmherzige Umgang mit Menschen, der interessiert mich nicht. Und das darf ich nicht tun. Und so würde ich Jesaja 58 und auch die anderen Stellen, die diese Problematik aufzeigen, im Alten Testament verstehen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020